In der Küche des Hotels Gräulich in Zürich wird seit der Eröffnung im Jahr 2003 für gehobene Ansprüche gekocht. Der Gourmet-Führer Gomillo bewertet die Küche mit 16 Punkten. Sie folgt den Grundsätzen der Slow-Food-Bewegung mit saisongerechten, natürlich gereiften Frischprodukten und kurzen Transportwegen. Küchenchef ist der Katalane David Martinez. Auch wenn er nicht immer alle Produkte seiner Heimat zur Hand hat, tragen die meisten seiner Kreationen die Handschrift seiner Herkunft. Alicremat, Knoblauchcreme, heisst eine der Spezialitäten, die Martinez seiner Grossmutter abgeschaut hat. Auch wenn sie den Knoblauch im Namen trägt, wird der kräftige Geschmack der Knolle am Schluss nur in Nuancen in der Speise wahrzunehmen sein. Die Scheiben einer feingeschnittenen Knoblauchzehe werden im Olivenöl frittiert, bis sie eine goldgelbe Farbe angenommen haben und knusprig sind. Sie kommen zusammen mit einigen gerösteten Mandeln in einen Mörser. Das Olivenöl, in dem der Knoblauch frittiert worden ist, wird mit nochmal so viel Wasser verdünnt und aufgekocht. Und darin werden rohe Kartoffelscheiben gegart. Knoblauch und Mandeln werden unterdessen in einem Mörser zerstampft, bis eine dickflüssige Paste entstanden ist. Die Knoblauch-Mandelcreme wird zu den Kartoffeln gegeben und mitgekocht, bis diese gar sind. Es entsteht ein Kartoffelgericht in einer dickflüssigen, nur noch dezent nach Knoblauch schmeckenden Soße. Aber der Knoblauch hat in der mediterranen Welt eine weit umfassendere Bedeutung als nur eine kulinarische. Knoblauch, für uns Katalaner und Leute, die das ganz verbinden mit Knoblauch, sind in der Area von Mittelmeer, ist ein bisschen wie Ingwer in Asien, aber auch im Rahmen von medizinisch, nicht nur kulinarisch. Mit etwas Salz, Pfeffer und feingeschnittener Petersilie abgeschmeckt, kommt der Eicrematz als Beilage auf den Teller. Zusammen mit einem Stück Bacalau, dem in Spanien so traditionsreichen Stockfisch. Schmeckt himmlisch. Doch Knoblauch verursacht Körpergeruch, zum Teil gar Allergien und ist bei vielen Leuten verpönt. Gleich zwei Denkmäler zum Thema Knoblauch zieren die Strassen des Städtchens Las Pedronieras, das sich die Hauptstadt des Knoblauchs nennt, La Capital del Ajo. In Las Pedronieras befindet sich auch das Gourmet-Restaurant Las Rejas. Es sind nicht wenige Liebhaber der guten Küche, die eine zweistündige Autofahrt von Madrid oder Valencia in Kauf nehmen, um hier zu speisen. Obwohl der mit einem Michelin-Stern dekorierte Hausherr Manuel de la Ossa auch dem Starkoch Ferran Adria in Barcelona über die Schultern geschaut hat und mit ihm befreundet ist, hat er sich ganz der Tradition seiner Heimat und seiner Herkunft verschrieben. Sukzessive hat Manuel de la Ossa aus der Tapas-Bar seiner Eltern eine Feinschmeckerküche entwickelt, in der Fisch, Fleisch und Geflügel kombiniert werden mit Früchten und Gemüsen der Umgebung, vor allem aber auch mit Knoblauch. Er tritt den Beweis an, dass Knoblauch keineswegs nur eine Zutat für kräftige und wehrschafter Hausmannskost ist, sondern auch in der Haute-Cuisine ihren Platz hat. Knoblauch muss man mit Verstand einsetzen, nicht in den Mengen, wie die meisten Leute denken, vielleicht ein Drittel davon oder noch weniger. Zum Beispiel mit einem jungen, frisch gequetschten Knoblauch Olivenöl parfümieren, damit die Speisen nicht so hart und aggressiv wirken. Man kann den Knoblauch ja ganz verschieden verwenden. Gequetscht, geröstet, gedämpft, gepresst. So kann er auch in der Haute-Cuisine sein Aroma entfalten, ohne andere zu überdecken oder seine wichtigsten Komponenten zu verlieren. Im Engadin dauert der Winter etwas länger als in La Mancha. In Champs-Ferre bei St. Moritz befindet sich Jöris Tal Woh, auch ein Lokal für Schlemmer und Gourmets, ausgezeichnet mit 18 Gourmier-Punkten. Eine Armada von 14 Köchen sorgt in der Küche für höchste Qualität. Doch Inhaber Roland Jöri ist der Chef und legt selbst Hand an. Jöris Kundschaft ist sehr international. Neben noblen oder auch nur gut betuchten Gästen aus St. Moritz und Umgebung sind es aber, und darauf legt Jöris Wert, auch Einheimische oder Rucksack-Touristen, die sich einmal etwas Besonderes gönnen wollen. Hier bereitet Jöris gerade Rindfleisch-Rouladen vor, auch Fleischvögel genannt. Ein durchaus profanes Gericht, das aber durch das raffinierte Zusammenspiel der Ingredienzen zum Leckerbissen wird. Traditionelle Bündner-Rindfleisch-Rouladen bestehen aus dünn geschnittenen und flachgeklopften Rindschnitzeln, die mit mageren Speckscheiben belegt und zudem mit einer Knoblauch-bestückten Hackfleischmischung gefüllt werden. Heute wird der Knoblauch separat gebraten. Die vegetarische Füllung besteht vorwiegend aus Lauch, Zwiebeln, Weißbrot und Milch. Weil in Jöris Talvo mancher Kunde davor zurückschreckt, mit einer Knoblauchfahne unangenehm aufzufallen und deshalb die Bitte äußert, das bestellte Gericht ohne die gesunde Zutat zuzubereiten, wird der Knoblauch erst zum Schluss über die Speisen verteilt oder eben nicht. Dass Knoblauch gesund ist, ist unbestritten. Dass Bevölkerungen mit hohem Knoblauchkonsum weniger krebsanfällig sind ebenso. Dass er aber auch die Abwehrkräfte des Immunsystems stärken soll, ist nicht eindeutig erwiesen. Auch in der Küche von Manuel de la Ossa riecht es gelegentlich etwas streng. Wenn er zum Beispiel Knoblauch und dazu eine Taube so scharf anbrät, dass das Olivenöl Feuer fängt. Wer sagt denn da, dass sich Olivenöl nicht zum Braten eignet? De la Ossa benutzt kein anderes. Oder wenn er seine weit herum berühmte Knoblauchsuppe kocht. Die beinhaltet an die 20 Zutaten, darunter Knoblauch, Zwiebeln, Rohschinken, Blutwurst, Peperoni, Sellerie, Dörrtomaten, Paprika, Pilze, Pfeffer, Basilikum, Lorbeer, Tomatenmark, Ei und Brot. Und natürlich selbst hergestellte Bouillon aus Gemüse, Fleisch und Knochen. Ist der Frühling angebrochen, kommt auch im Gräulich in Zürich der Knoblauch vermehrt zur Anwendung. Einerseits im Rostit, einem während Ewigkeiten eingedeckten Confit aus den klassischen Eintopfzutaten, Fleisch, Tomaten, Zwiebeln, Lorbeer und Knoblauch. Das passt, zusammen mit einigen Morcheln, hervorragend zu einem Perlhundschenkel, das David Martinez angebraten und dann langsam hat zu Ende garen lassen. Ein Gericht, vergleicht Martinez, sei wie die Produktion eines Films. Knoblauch ist nicht ein Hauptrollprodukt, aber ist ein Nebenschauspieler. Also ohne ihn, man konnte nicht ein grosses Film machen. Doch dann im Frühling baut Regisseur Martinez auch die Nebenrolle des Knoblauchs etwas aus. Dann kommt der ganz junge, frische Knoblauch auf den Markt, der noch nicht so intensiv schmeckt. In einer Alufolie wird die ganze Knolle eine gute halbe Stunde lang im Ofen gar gebacken, quer halbiert, mit Fleur-de-Sel und Olivenöl beträufelt und als Gemüsebeilage serviert. Am Abend dann, wenn sich das Lokal füllt, gilt es ernst. Jetzt entscheidet sich, was bei den Gästen ankommt und wie sich das zuvor in aller Ruhe entwickelte Menü im Stress der Abendproduktion umsetzen lässt. Das Perlhuhn mit Rostit und Knoblauchgemüse findet reißenden Absatz. Die Gemüseroulade im Kartoffelmantel ist schon bald aufgebraucht. Die Morcheln gehen zur Neige. Ebenso das Gemüse Barba di Frate. Vor allem aber wird das ungewohnte Knoblauchgemüse gutiert. Die Perlhuhnbrust mit katalanischem Rostit und Morcheln, Barba di Frate, Gemüseroulade und frischem Knoblauchgemüse ist an diesem Abend der Renner. Am Schluss muss Martinez sämtliche Perlhuhnteile, neben den Schenkeln auch die Brüstchen, aushändigen. Vom viel diskreteren Alcremat mit Bacalau will heute niemand etwas wissen. Was läuft und was nicht, kann auch Roland Jury im Tal Wohr nicht zuverlässig voraussagen. Weil immer mehr Gäste vegetarisch essen, hat der Risotto-Ravioli im Angebot. Die Seele des Risotto, angereichert mit besonders viel Zwiebeln, wenig Knoblauch und einigen Kräutern, ist ein in einem stundenlangen Prozess selbst hergestellter Fond. Der Risotto wird püriert und dann auf den selbst hergestellten Teig aufgetragen. Jury hat festgestellt, dass die Sonderwünsche, Unverträglichkeiten und Allergien bei seinen Gästen in den letzten zehn Jahren markant zugenommen haben. Es gibt sehr viele Leute, die haben Knoblauchallergie oder die einen meinen, sie haben Knoblauchallergie. Oder viele, die viel unter den Leuten sind, die wollen natürlich kein Knoblauch essen, weil dann riechen sie nach Knoblauch. Und so und dann tun wir das meistens am Schluss rein. Das gilt für vegetarische Gerichte genauso wie für Fleisch. Auch Vegetarier fürchten die Unannehmlichkeiten des Geruchs. Und so bleibt Jury auch bei vegetarischen Gerichten vorsichtig, nutzt die Bärlauchblätter nur als Garnitur und gibt den gerösteten Knoblauch erst am Schluss auf die Ravioli, wenn es denn keiner ausdrücklich abgelehnt hat. Die Kenner der Materie gehen mit dem Knoblauchgeruch pragmatischer und vor allem weniger emotional um. Er gehört halt einfach dazu.